Herzlich Willkommen zu einem neuen Part und zum letzten Part von Let's Play Battle vs. Chess Und wir haben uns hier Durchgekämpft, durchgeackert, aufgeregt bis zum geht nicht mehr Ich bin sowas von ausgerastet Ich hab sogar schon Aufnahmen gemacht, die ich gar nicht hochladen konnte Weil ich da einfach nur noch ausgerastet bin Das war zum Beispiel vor zwei Parts Deswegen ist ja auch so kurz, weil ich halt da schon so lange dran war Und ja, jetzt Kommen wir zum Ende Ich bin nicht traurig, ich bin froh Ich bin echt froh Okay, wir können unsere Startposition selbst auswählen Ja, gewinnen sie in fünf Zügen, das ist natürlich Kann ich hierhin auch stellen? In fünf Zügen Geh, pass mal auf, ich stelle Die Bauern erstmal hier Und ruhig schon mal Springer C3 Mit Matt Dann will ich auch noch da mit C2 drohen So, aber dann will ich nicht, dass er mit dem Turm deckt So, das müsste doch gehen, oder? Springer C4 hat er noch Springer C3 König D2 Springer König D1 König D1 König D1 Und noch was mit Dame C4 C4 Dann Springer C3 König D2 Springer B1 Sondern Turm Nee, ist zu lang Ich glaube, das funktioniert nicht Und meine Dame nach A5 stelle Droht Springer C3 Matt Wenn er dann Springer B3 Oder so ein Zug spielt Springer C4 Dame C4 Dc4 Springer C3 König D2 Springer B1 So, auf König D1 Turm D7 Läufer D2 Sondern Turm D2 ным Vielen Dank. Ich mach das einfach mal so und gucke, was er spielt. Ah, nein. Oh, C3 kann ich noch rausnehmen. Oh, C3 kann ich noch rausnehmen. Oh, C3 kann ich noch rausnehmen. Die sind als Goldmedaille. Ja, Schachmeister. Ich glaube, ja. Müssen wir gleich jetzt mal gucken. Ja, wir haben es geschafft. Ich weiß noch nicht, was auf Springer C4 gekommen wäre, aber ist egal. So, alles Gold. Ja, alles Gold. Das ist doch cool. Gucken wir mal eben bei uns im Profil nach. Äh, Battle vs. Chess, ne? Äh, wo ist das denn? Äh. Ist das hier? Ne. Hier kann man irgendwas kaufen. Das ist falsch. Ups. Wie kann man denn die Dingsbums hier angucken? Ah, GTA 4 ist sogar noch hierbei. 20 von 36 erfolgen? Hm. Was fehlt uns denn noch? Erreichen Sie eine Patz-Situation? Das schaffe ich. Das ist eigentlich klassische Partie. Oh, machen wir mal eben. Machen wir mal eben eine Patz-Situation. Er ist, wie gesagt, nur auf Stufe 1. Daher nicht so schwer. Wurde auch nicht gesagt, wie schwer der sein soll. Das Spiel war gar nicht so schlecht. Aber ich kann gar nicht hochieren. Ups. So spielt König E2. Tom D1. Tom S8. Okay. Äh. Da hin am besten. Dame G6. Okay, droht Dame G2. Oh, Dame E4 hab ich nicht gesehen. Jawoll, Damentausch. Damentausch ist gut. Ach, der Blosser hängt. Na gut, dann schaffen wir jetzt die Patz-Situation locker. So, wer Matz setzen kann, der kann auch Patz setzen. Es ist doch schon fast. Patz-Situation locker. Patz-Situation locker. Jetzt krieg ich keinen Erfolg. warum warum krieg ich den Erfolg nicht oh 2013 hab ich den gekriegt wir können ja mal sehen wie lange ich das Spiel schon ab hier erreichen sie eine Padsituation klassische Partie hab ich doch gemacht hä? keine Ahnung auf jeden Fall werden wir nicht alle Erfolge machen erringen sie alle Erfolge Fritz Cure so so land schon sie online partien ja ist sowieso schwer weil es kaum einer online spielt Ach, da war ich schon. Wie ist gepuzzelt? Wo gibt's Puzzles? Ah! Was ist das? Das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Okay, Gabeln. Hä? Wie jetzt? Gabelangriff auf mehrere Kristalle. Okay, da war B2 ein Dreierangriff. Da haben wir... Oh, mach ich mal. Am besten immer Drei. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber jetzt habe ich jetzt... Ja, doch, da ist ein Dreier. Oh, hier ist ein Vier... Ich habe hier noch ein Vierer. Ah, die Minispiele sind cool. Vielleicht machen wir doch noch ein bisschen weiter. Mit Battle vs. Chess. Weiß halt nur nicht, wie viel ich hier machen muss, um irgendwas zu kriegen. Ah, jetzt ist ein bisschen kacke. Ich weiß nicht, wie viel ich hier machen muss. Der ist noch beschissener. Ich denke irgendwie immer, das sind Bauern. Dann denke ich immer, die haben mich gleich geschnappt. Ich habe gewonnen, yay! Und jetzt? Level 2. Cool. One-timers. Ah, vielleicht machen wir die Minispiele noch so als kleines Extra. Äh, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und. Machen wir die oder machen wir sie nicht? Ja, wir machen die noch, aber das Let's Play ist hiermit offiziell beendet. Ähm, ja. Okay. Die Kampagne ist damit offiziell beendet, das Let's Play nicht, weil wir machen ja noch die Minispiele. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.